Humanistische Lebenskunde ist ein fakultativer Weltanschauungsunterricht in Verantwortung des Humanistischen Verbandes Deutschlands, der seit 1982 in Berliner Schulen und seit 2007 an Brandenburger Schulen angeboten wird. Inhalte und Ziele Der Lebenskundeunterricht ist ein bekenntnisorientierter Weltanschauungsunterricht, der eine humanistische Lebensauffassung vertritt, mit der Menschen die alleinige Verantwortung für ihr Denken und Handeln begründen. Der Lebenskundeunterricht ist am weltlichen Humanismus, der Aufklärung und den modernen Wissenschaften orientiert. Die Schüler können im Unterricht des Humanistischen Verbandes lernen, dass es keinen vorgegebenen Sinn des Lebens gibt, dass Menschen ihrem Leben aber einen Sinn geben können. Die Wissenschaften sind dabei ein bedeutendes Hilfsmittel, um Probleme und Konflikte zu lösen. Der Lebenskundeunterricht soll dazu anleiten, die Bedeutung moralischen Handelns zu verstehen und insbesondere dabei helfen, moralische Positionen für das eigene Leben zu entwickeln. Dazu gehört die Frage, wozu wissenschaftliche Erkenntnisse benutzt werden sollen, wie auch die Bearbeitung existenzieller Erfahrungen wie Tod, Sterben, Krankheit, Trennung und Vereinigung. Der humanistische Lebenskundeunterricht soll Kindern und Jugendlichen helfen, sich derartigen Fragen zu stellen und sie in ihren Alltag zu integrieren, ohne den Rückgriff auf religiöse Vorstellungen. Der Lebenskundeunterricht versteht sich somit als eine Ergänzung des wissenschaftlichen Unterrichts der Schulen und bietet die Gelegenheit, nach Lebenssinn universellen Werten wie den Menschenrechten und nach dem Rätsel des Lebens zu fragen. Der humanistische Unterricht stellt die Würde des einzelnen Menschen ins Zentrum seiner Überlegungen. Er versucht, die Kraft zur Toleranz und zur Solidarität zu stärken und möchte junge Menschen gleichwohl befähigen, gegen Dogmatismus und Fanatismus bewusst Widerstand zu leisten. Viele dieser Positionen werden heute auch vom Religionsunterricht vertreten. Der Humanismus sieht auch in den Religionen humanistische Wertvorstellungen formuliert, z.B. die Gerechtigkeitsforderung in der hebräischen Bibel. Humanisten versuchen deshalb, Religionen als Versuch der Menschen zu verstehen, ihre realen Konflikte zu bewältigen und haltbare gesellschaftliche Zusammenhänge zu begründen. Im Lebenskundeunterricht werden Religionen als von Menschen entwickelte Systeme analysiert, in ihrer Trost- und Hoffnungsstiftung begriffen und in ihrer kulturbildenden, ethischen Funktion dargestellt. Menschen, die ihr Leben nicht in Glaubensvorstellungen interpretieren wollen, sind nach Ansicht des Lebenskundeunterrichts jedem so in der Lage, moralische und ethische Positionen zu entwickeln. Die Bereitschaft zur Solidarität auch und gerade mit den Schwächeren ist möglich mit ein Fühlungsvermögen und mittels kritischer Reflexion, die gerade die ethischen Konsequenzen menschlicher Entscheidungen berücksichtigt. Rahmenlehrplan-Grundlage des Lebenskundeunterrichts ist der Rahmenlehrplan-Lebenskunde in seiner dritte Auflage. Zusätzlich existiert eine Praxismappe mit Unterrichtseinheiten und die theoretische Zeitschrift, Theorie und Praxis der humanistischen Erziehung, in der allgemeine pädagogische und weltanschauliche Fragen diskutiert werden. Lese- und Arbeitsbücher für Schüler liegen vor. Seit 1999 gibt es ein staatlich anerkanntes Ergänzungsstudium am Ausbildungsinstitut Lebenskunde in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Berlin. Verbreitung Träger des Lebenskundeunterrichts ist der Humanistische Verband Deutschlands, eine Weltanschauungsgemeinschaft, die nach dem Grundgesetz mit den Kirchen gleich behandelt wird. In vier Bundesländern besitzen die Landesverbände den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Verband plädiert für ein freiwilliges pluralistisches Angebot der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften an Schulen. Bayern Seit dem Schuljahr 2008-2009 wird Humanistische Lebenskunde an der Humanistischen Grundschule Fürth, einer staatlich genehmigten Schule in freier Trägerschaft des HVD Bayern, unterrichtet. Lebenskunde ist in Bayern als ordentliches Lehrfach zugelassen und tritt an die Stelle des Religionsunterrichts Berlin und Brandenburg. In Berlin nahmen im Schuljahr 2012-2013 rund 54.000 Schüler am Lebenskundeunterricht teil. Nordrhein-Westfalen In Nordrhein-Westfalen läuft derzeit ein Gerichtsverfahren am Oberverwaltungsgericht Münster, mit dem nach der Ablehnung eines Antrags auf Genehmigung durch das Schulministerium im Juli 2007 eine Zulassung des Schulfachs erreicht werden. Solf, Geschichte der Lebenskunde Der Begriff Lebenskunde ist älter als das Schulfach. Bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte die Debatte darüber begonnen, ob der dogmatisch-konfessionell geprägte Religionsunterricht noch zeitgemäß sei und als Fach an die öffentlichen Schulen gehöre. Im Zusammenhang dieser Diskussion um eine Alternative zu dem Religionsunterricht entstand der Begriff Lebenskunde im Sinne einer nicht-religiösen, ethisch-moralischen Unterweisung. Anfänge Die Geschichte der Lebenskunde als Schulfach begann 1920. Die weltliche Schulbewegung forderte einen kirchenfreien Unterricht und leitete so die Trennung von Schule und Kirche in Deutschland ein. Mit Beginn des neuen Schuljahres wurde auf Beschluss der Selbstverwaltungsgremien einiger Berliner Vorortgemeinden in den dortigen Schulen ein neues, freiwilliges Unterrichtsfach eingeführt. Dieses Fach hatte zunächst verschiedene Namen. Begriffe wie weltlicher Moralunterricht, Sittenlehre, Religionskunde und auch Lebenskunde wurden dafür verwendet. Als einheitliche Bezeichnung setzte sich der Begriff Lebenskunde im Verlauf des folgenden Jahres durch. Das Fach richtete sich an Kinder, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen und hatte das Ziel, ethisch-moralische Grundsätze und religionsgeschichtliche Zusammenhänge zu vermitteln. Vor allem die drei Parteien der Arbeiterbewegung, SPD, USPD und KPD, setzten sich für den Lebenskundeunterricht ein. Dies war die Reaktion darauf, dass es nicht gelungen war, die alte Forderung der Arbeiterbewegung nach der Weltlichkeit des Schulwesens in der Weimarer Verfassung zu verankern. Die leizistisch orientierten und die meisten der sozialistisch orientierten Schulpolitiker, auch viele Eltern und Lehrer, betrachteten die Einführung von Lebenskunde als eigenes Fach nur als Notlösung. Ihre eigentliche Vorstellung zielte darauf, dass die von ihnen angestrebte weltliche Einheitsschule einen Lebenskundeunterricht überflüssig machen würde, Da in einer solchen Schule Lebenskunde dann allgemeines Unterrichtsprinzip wäre, nachdem es an einigen Orten gelungen war, die Zusammenfassung der vom Religionsunterricht befreiten Kinder in eigenen Schulen zu erreichen, begann eine heftige Diskussion, ob an solchen Schulen Lebenskunde als Fach notwendig sei. Das preußische Kultusministerium ermöglichte es die am Religionsunterricht nicht teilnehmenden Kinder in eigenen Schulen, teilweise auch in Klassen, zusammenzufassen. Diese Einrichtungen hießen offiziell Sammelschulen und Klassen. Da es sich um eine neuartige Einrichtung handelte, wurde für deren Gestaltung größtmögliche Freiheit gewährt. Deshalb gewann der Lebenskundeunterricht, wie er schließlich als Schulfach benannt wurde, große Bedeutung für Lehrer und Schüler. Da die anderen Wege an Inhalten und Methoden der Schule etwas zu verändern, verstellt waren, wurde der Lebenskundeunterricht zum Brennpunkt für reformpädagogische Ansätze. Gleiches galt für die Simultanschulen in Ländern wie Hessen, Sachsen und Thüringen, Wo Lebenskunde mehr oder minder gleichberechtigt neben den jeweiligen konfessionellen Religionsunterricht trat. Verbot nach der NS-Machtergreifung Diese Entwicklungen endeten mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Schon im Februar 1933 wurde die Erteilung von Lebenskundeunterricht verboten. Wenig später auch in den ehemals weltlichen Schulen wieder der Religionsunterricht eingeführt. Zudem wurden die weltlichen Schulen sukzessive im Verlauf eines Jahres aufgelöst. Nach dem Zweiten Weltkrieg Religionslehre ist das einzige Fach, das im Grundgesetz ausdrücklich als ordentliches Lehrfach genannt und daher für die Länder verbindlich ist. Art 141 GG lässt Ausnahmen zu in Ländern, in denen am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung galt. In Bremen und Berlin gibt es basierend auf diesem GG-Artikel keine staatliche Religion als Pflichtfach. In den ostdeutschen Ländern wäre die gleiche Ausnahme möglich, nur Brandenburg verzichtete auf die Einführung des konfessionellen Religionsunterrichts und bietet stattdessen ein für alle Schüler verbindliches Fach Lebensgestaltung Ethik Religionskunde an. Teilnehmer des Religionsunterrichts dürfen sich vom Fach LER abmelden, Lebenskundeunterricht in Spanien. 2008 führte die spanische Regierung einen Lebenskundekurs ein, in dem Themen wie Homosexualität, Scheidung und Abtreibung offen angesprochen werden. Tausende Eltern bezeichneten ihn als antichristlich. Der 2013 emeritierte Papst Benedikt XVI. Verurteilte ihn in seiner Neujahrsansprache 2011 Er wird nun in seiner Neujahrsansprache stehen ein, in dem Thema Erlebnis der Kirchenbrühe. Er wird nun in seiner Neujahrsansprache stehen und in seiner Neujahrsansprache stehen.